Ich müsste mir ein bisschen helfen. Ich spiele das das erste Mal, ne? Ich habe das noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ich muss mal kurz irgendwie den Sound runterstellen. Warum ist das wieder so laut, ne? Warum die Spiele immer so laut sein müssen, ne? Ich habe das schon geändert. Ich muss mal 5 drücken. Ich müsste eigentlich schon aktualisiert sein. Wie kann man das jetzt zusammenspielen vorne? Das geht ja, ne? Wahrscheinlich nur irgendwie über diese Multiplayer-Geschichte, oder? Oder wie läuft das? Ja, vermute ich auch. Warte mal, zu, zu, auszutappen immer da. So, warte mal, ich muss sowieso, ja, ich muss sowieso mal, Moment. Ich muss noch kurz Einstellungen ändern. Auf. Das ist ein exklusiver Vollbildmodus, Junge. Exklusiver Vollbildmodus? Was soll denn das sein? Das Spiel direkt ausgegangen, Junge. Jetzt lädt er nochmal neu. Hä? Das habe ich noch nicht gesehen. So, raustappen geht es auch wieder aus. Was ist das für ein Blödsinn? Der Modus fertig. Was macht er das Spiel denn nochmal aus dafür? Das verstehe ich nicht. Das ist komplett daneben. Hä? Okay. Jetzt müssen wir raus haben, ne? Ja, jetzt passt das. Also, Multiplayer. Kommandum, moin moin. Und jetzt müssen wir... Müssen wir das Spiel erstellen drücken, oder was? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Machen wir einfach mal. Bankmanager bei Nullbeginn. Schwer. Die Wirtschaftszeit nicht mäßig unnachgiebig. Die Preise sind niedrig und du hast schon einen saftigen Kritik in der Bank. Die Spielelemente symbolieren möglichst realistische Zustände. Okay. Ähm... Ja, bei Nullbeginn, oder? Mhm. Aber kann man das so zweitspielen, Kenneth? Wähle eine Karte. Äh... Oh, das ist schön. Bergen hier? Mhm. So, jetzt muss man angeben. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen. Ich kenne gerade das Alpen. Ist doch geil. Ist doch geil. Ich glaube, sie ist schon ganz heiß ausfahrend. Die Begeisterung ist fast mitreißend. Ja. Ich wurde auch nicht gezwungen, dieses Spiel zu spielen. Das ist alles auf freiwilliger Basis passiert. Ähm, ich schicke dir mal das Passwort. Warte mal. Moment, warte mal. Ich muss mal alles passwort nehmen. Ähm. Was war da für die geschickt? Ja. Board, Crossplay, Internetbindung, das passt alles. 16.000? Hä? Mhm. Mhm. Musst du dir das merken, wie das heißt, oder was? Was meinst du mit merken? Na, die Dings, was ich hab. Ähm, wie nehmen wir das denn? Ähm. Ich hab schon oft gehört, da passt ja auch zu den Alpen oder... Ja, ja, so in der... Ja, ist zwar so. Ähm. Meist du den Server? Ja. Ja, das fragst du mich als begeisterte Farmerin, ich hab doch keine Ahnung mit. Ähm, ähm, ähm... Ich denke mal, ich muss Spielbeiträgen machen, denke ich mal. Ja, warte mal. Hm. Wir machen Manfredshof. Manfred. Manfred. Manfredhof. Manfredshof. Manfred... Oh, Alter, bin ich los. Manfredshof. Musst du nach Marvel jetzt hochsuchen, dann, glaube ich. Dann müsste das passen, oder? Hm. Was erstellt ihr denn jetzt aber erst? PF? Was für PF? Hä? Es heißt... Nicht PF. Oh. Es ist Pfff. Schreib mal mit zwei. Ja, Pfff. Das ist mit Absicht zugeschrieben, du Hammel. Hm. Das ist schon richtig so. Du kannst den Ertrag dann natürlich steigern, indem du sie nach der Aussage dünnst und spritzt. Alles klar. Erstmal Propellern übers Weizenfeld rennen, Junge. Wie hast du den Namen jetzt geschrieben? Schreib mal, bitte. Ja. Sehr gut. Manfredshof. Mit F. Ohne PFF. Also nur mit... Also M-A... M... F. Ja, Ed. Habe ich das mit PF geschrieben? Nein. Ich weiß es nicht. Ich habe den Stream jetzt auf Tablet. Nein, M-A-M-F-R-E-D-S. Bin mir sicher. Okay, den finde ich tatsächlich nicht. Na, Hammel, weil du deine LS mit Absicht anfließen lässt. Bullshit. Wigstens streamer ich nicht besoffen, Hachi. Soll ich das mal verlinken oder was? Gibt es das noch? Sonst seid mal ruhig. Versuche mich hier nicht zu fronten, mein Freund. Ich brauche auch nicht, ich weiß. Ich habe es gesehen. Ich wollte zwar nicht live dabei, aber ich habe es gesehen. Aber ich gehe kurz nochmal kacken, Freunde. Ich bin gleich wieder da. Nein. Wunderschön. Wunderschön. valog. Vielen Dank. 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 Yes. Bart, Junge, Vollbart. Oh Gott. Oder so. Das ist ein Witz, dass das Bad genannt wird hier, ne? Also ich finde deinen Server nicht, ne? Wahrscheinlich, weil du es jetzt noch erstellen musst? Weiß ich nicht. Aber warte mal, wir machen den weg hier. Das ist doch geil. Das ist doch super, das sieht gut aus. Wiesur So Komplettklasse Hat's doch super, oder? Wann war er neu erstellen? Ach nee, so Bär-Halter, okay Motten Ja geil Ein Cowboy, Junge Was für Klamotten, Junge Was für ein Rennfahrer, was ist das denn? Ach du Scheiße Was ist das hier, das von Breaking Bad, oder was der Anzug? Oh wie Shit Nehmen wir den, oder was? Ne, wir nehmen auf jeden Fall den Der ist super Jetzt können wir doch die Hemden auswählen Das ist gut Hose Ne, das sieht bestimmt total bescheuert schon wieder aus, ne? Oder? Was hast denn du als Fashion-Expertin? Ich leide im Stillen Das sieht doch großartig aus Ja, wunderbar Wir brauchen ein paar Cowboy-Schuhe hier Wo sind die? Gibt es keine Cowboy-Stiefel? Das ist ja asozial Hm Mit der Löschen-Taste kannst du die Farbe ändern Auch die Farbe ist super Das ist super so Die Schuhe nehmen wir Oh geil, da gibt es doch verschiedene Cowboy-Hüte Der ist ein bisschen besser noch Wieso soll man einen Helm auswählen, wenn man Das verstehe ich auch nicht so richtig Da würde ich lieber einen Helm tragen, als ein Cowboy-Hüte Warum denn? Ach, nur so? Cowboy-Hüte ist doch voll nice Der sieht doch super aus Ich finde das gut Der sieht super aus, so Handschuhe? Braucht eigentlich keine, oder? So ein paar, weiß ich nicht, irgendwas Diese Racing-Handschuhe sind halt komplett Wollt ihr solche Handschuhe anziehen? Die nehmen wir Sonnenbrille geht auch noch, geil Ach, guck mal, hier sieht doch super aus, Junge Guck mal Richtiger Macher, der Typ Also ich weiß nicht, ob ich zurück ins Leben finde Oder mich einfach nur von der Brücke stürzen will Wenn ich sowas sehe Oh, wow So, jetzt bin ich hier, ich bin da Ja, das ist super Und ich finde den selber immer noch nicht Wieso denn nicht? Was mag ich jetzt machen überhaupt? Starten Der ist doch schon da, ne? Der selber müsste schon gehen eigentlich Fragezeichen Hat es noch eine Außenansicht? Wie heißt denn du Ingame? Äh, ich hab ein Classic zusammengeschrieben, 9638 Spielt ihr über Steam? Ne, wir spielen über Warte mal Wir spielen über, über Xbox-Dingens hier Ich hab halt gar keine Ahnung, wie das funktioniert Muss ich erst einen Hof erstellen Multiplayer, eigenes Spiel, glaube ich Ihr könnt ja versuchen, es mir zu erklären, weil ich glaube, ich check das eher Ich hab ein eigenes Ding erstellt War das nicht richtig? War ja zu zweit spielen so Was meinst du mit der hat kein Spiel erstellen? Verstehe ich nicht Jetzt verwürstel mich noch mehr, Hachi Hier kommt nicht raus Muss ja irgendwie funktionieren jetzt Vorher nicht Wie geht das, Chat? Wie geht das? Warum laufen und irgendwelche Sachen pflücken? Ist ja Quatsch Ist ja in Deutschland zwei, so Das war gar nichts zur Auswahl Ne, gab nur normal Deutschland Wolf, moin Guten Morgen Ich hab ja, ich mach nochmal neu Pass mal auf Wir machen das einfach nochmal neu Ausgesetzt, ich komm überhaupt raus hier Hä? Wie kommt man hier wieder raus, alle? Junge Das Menü ist auch das allerletzte hier, ne? Hm, Wolf, das will ich nie wieder sehen Wie kommt denn Oh Gott, was ist das denn hier? Hä? Wo ist das Spiel verlassen? Hier gibt's kein Spiel verlassen Gibt's nicht Unten steht's doch Cool, auch da unten Sag zu mir, ich bin Lost Ich bin Konsolenspieler Und du weißt nicht mehr, wie man ein Spiel verlässt Hm So, Multiplayer Spiel erstellen So, freier Speicherplatz Wir wollen bei 0 beginnen Ne? Wähle eine Karte Ich hab genommen Die hier Und hab mir noch weitergegangen So, da steht's Ich nenne das einfach jetzt Ich hab'n Classic Fertig Ne? Und das musst du suchen Verstehst du? Ich versteh' das schon, ja Okay Also so blond bin ich dann doch wieder nicht Automatisch akzeptieren Was ist das? Fertig Mehr haben wir ja vorhin auch nicht gemacht Jetzt musst du einfach Captain Classic selber suchen Du musst anmachen, oder was? Warte, jetzt aushören Schaut's oder an? Wolf, was denkst du, wie auf die Idee kam? Schaut's oder an? Ja gut, der wird ja irgendwo ein Penzer aufploppen, wenn sie danach Hm Ach Gott sei Dank, der ist noch erstellt Gott sei Dank Ist den Namen einer? Geil Boah, sch Lüe Hm, wieso finde ich diesen verdammten Server nicht? Weiß ich nicht Keine Ahnung Hm, ich muss ja theoretisch eigentlich nur auf das Spiel beitreten, oder nicht? Weiß ich nicht Ich bring das selbe Spiel, ja Kurzer Verein zu mieten Hat die Fresse Erst wenn du auch beitreten gehst, kann sie ihn sehen Okay Jetzt müsste es, jetzt müsste es gehen Jetzt such nochmal Da muss ein Bunker, Junge Hilfe öffnen, Alter Wenn's denn jetzt Hilfe hier Wie sieht's aus? Ich saß da noch gleich aus, sonst alles so Geht nicht, oder was? Und bisher auf dich läuft Daniel Sun, moin moin Muss doch gehen irgendwie Ja, ist halt echt so, Alter Ja, ist halt echt so, Alter Die Xbox-Kacke ist halt wirklich kompliziert, ne Ist halt wirklich so Aber du kannst da bei Xbox mit dem Game Pass kannst du fast alles umsonst spielen Da sind so viele Spiele umsonst da zur Verfügung, das ist echt nice Ja, ich hab das schon gesehen, dass ich im Spiel quatsche Aber fragen wir nicht, wo das geht, Alter Jetzt aus Geh mal auf die Schule, wat? Welche Karte hast du ausgesucht? Diese bergige Karte Diese Alpenkarte Keine Ahnung, was mit Ege Ich weiß nicht, ob das der Server hier ist Der muss so heißen, wie mein Name ist Captain Classic Nee, eben nicht Was soll ich dir sagen? Muss aber so sein Ich weiß nicht, ich rage hier gleich komplett ab, ne Der muss noch zu finden sein, das gibt's doch gar nicht Das Einzige, was ich finde, ist ein Manfred Ich weiß nicht Nee, aktualisier das mal Das ist ja noch das alte Ding von Wohin Ich geh jetzt einfach noch mal zum Spielen Ja Wir warten so lange Du, 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 du Was meinst du mit A? Warten Was meinst du, Wolf? Was meinst du? Wir brauchen halt einen Moment länger, bis das losgeht Das haben wir aber bei anderen Spielen auch schon gemerkt, dass wir da so ein leichtes Problem haben Das hat also bei manchen Spielen was gar nicht hingekriegt, dass wir zu zweit spielen konnten Warum auch immer Also wenn die Leute sich noch wundern, ne? Eigentlich eher Kapsi, aber ich will's nicht riskieren Ja, als besser ist Ja, dann schnell, ne? Ja, dann machst du die Leine los Dann ist es vorbei, Freundchen Weißt du, wie es ist? Geht ruck, zuck Liegst du am Boden, du musst noch tot gerissen Wieder in-game? Ja Es hat sich nichts getan Siehst du den Server immer noch nicht? Nein Hm Welche Scheune meinst du eigentlich, Luca? Was für eine Scheune, Junge? Hier ist doch nichts Keine Scheune Gibt's keine Scheune Warte mal, wenn ich ein Menü Also soll ich einfach warten? Warte jetzt einfach Aufnahme, meine Farben Hm Einfach Saarland Saarland Hm, ist es wie ein Gefeiß? Ja Ähm Passwort Da muss man auch noch ein Passwort eingeben Okay Lostland Lostland Nicht ratsam als Anfänger bei 0 zu starten Ja, das habe ich auch schon gehört Das habe ich auch schon gehört Horst Müller So, findest du denn jetzt? Warte, ich muss noch mal in-game Ja, was ist das denn alles, Junge? Ja, was ist das denn alles, Junge? Mit Fahrmanager-Modus schwer gibt es keine Sack geworden Mal gucken, mal gucken Mal sehen Wir machen das schon irgendwie Ja, nicht nur so halt irgendwann nochmal neu starten Ist ja wurscht Ich denke, das wird Kaps jetzt ins Game reinkriegen Dass es funktioniert Mhm Wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Hm, dann gib mir doch mal kurz Momentchen Bitte Mhm Wer ist das ja, warte mal Captain Classic CPT Classic Vielleicht auch Small kann das sein Hab ich den Zeit lang gesuchtet? Mal gucken Ich finde den auch nicht Oh, was ist denn da los, Junge? Nee, ich finde den auch nicht Das kann nicht so schwer sein Das gibt es ja gar nicht Der muss mal irgendwie zu finden sein Ha, wenigstens liegt es nicht an mir Ja, aber das muss doch irgendwie gehen Ja, aber ich habe ja auch nochmal erstellt Ich habe ja genau das gleiche gemacht Müsste doch hinhauen eigentlich Muss doch gehen Ich bin auch den am Spaß Ja, wir mal gucken, ob das Spaß macht Hey, wir kriegen das auch nicht mal hin Dass einer irgendwie Was sagst du hier? Ja Ja gut, wir wollen das zusammenspielen Er erstellt den Server Im Singleplayer-Modus Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hä? Hör auf, hör auf Hey, zu hin Wirklich, hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Ganz ruhig Fahrzeug Hä? Keine Fahrzeuge Ich check das gar nicht Das Spiel Ich check das gar nicht, das Spiel Ist ein Singleplayer-Stell Und dann nochmal runter Ja, dachte ich mir schon Hör auf Geh einfach bitte nochmal raus Ja, warte Soll ich das sonst machen? Mach das Ich schaff das schon So, also jetzt war es Karriere oder was? Karriere, ja Chat Karriere, okay Ja, und nicht bei Null anfangen, bitte Okay Also machen wir das hier Ein bisschen einfacher Gut Elm Creek Weiter Wir schaffen das Irgendwie Ach ja Was Macht mich kaputt, ne? Dieses Mikrofon, Alter Ich weiß nicht, was damit los ist Ich glaube, das kackt demnächst Es geht wieder Es geht wieder Ja, ja, ich weiß Ich höre es ja selber Achso Ich höre es ja nebenbei auch So, wir können auf Start drücken Oh, da ist er wieder Horstlichter Willkommen zum Land Ja, halt, ich weiß nicht Ich will das gar nicht hören Oh, Alter Ich will das nicht hören So, okay Jetzt Unser Lenkrad ins Haus Ich brauche kein Lenkrad Ich habe Tastatur Er ist ja genauso scheiße Mit Geilen Auto, Junge Hört mir Wie kann ich da rein? Hä? Nö, 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 nö Was machst du da schon wieder? Willst du nicht erst mal auf den Chat hören? Bevor du da jetzt schon wieder... Warte, 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 warte Warte, warte Ich schlag hier gleich meine ganze Tastatur zusammen Geht da gleich los Geht da gleich los Guck, wie ein Schadensmodell das hier Oh, ist das denn für eine Lenkung, Junge? Weile Kiste Aus dem Weg, Junge Hä? Ich weiß ja, ich merke es gerade Schadensmodell ist nicht Kein Schadensmodell Mit dem Pick-up, Junge Zurück zum Hof Nö, 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 nö Einfach drüber heizen Über die Felder Okay So, eingeparkt fertig Easy Problem ist da deaktiviert Verdammte Scheiße So, jetzt raus Speichern oder was? Wo speichere ich denn jetzt hier? Wo kann man denn speichern? Ich speichern, da unten So, und jetzt wieder raus, ja? Ist das richtig? Okay, und jetzt? Jetzt auf Multiplayer Und jetzt? Okay Name, mein Spielstand Da kommt ja dann jeder drauf, oder was? Oder wie ist das? Ach nee, okay Jetzt heißt ja wieder Captain Classic der Server Alles kleingeschrieben, ne? Wort hast du auch Dann können wir ja auch Automatisch akzeptieren, anmachen Und starten Das ist aber nice, dass du Karrieremodus zu spielen kannst Und dann kannst du das einfach online stellen Und Leute mitzocken lassen Das geht eigentlich auch ganz nice, ne? Ja, das geht eigentlich auch ganz nice Das merkst du selbst, ne? Ja, ja, ja Ja, 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 ja. Vielen Dank.